Geil, Servus! Oh Gott, wo kommt der Mai? Ach du heilige Makrelchen, du, die kommt da hinten raus, das ist natürlich cool. Also... Aufgestellt. Das heißt, du musst deine direkt aufstellen. Bin aufgestellt. Die da rauskommen. Bin aufgestellt. Und ich weiß halt nicht, ob es sinnvoller ist, die hier schon nach vorne zu schicken. Nee. Ja, aber du musst, du kannst ja, ja gut, dann läuft die Armee, ist dann tot. Nee. Die Verstärkung. Nee. Ja, aber wie soll die denn ohne Verstärkung, wenn wir zwei Armeen ankommen? Wir kämpfen. Naja. Naja. So... So, pro Forma natürlich erstmal kriegst du wieder den geilen Scheiß. Hast dich doch schon eine Stunde drauf gefreut, komm schon. Eigentlich schon. Ist dir jetzt wirklich eine Stunde dabei gewesen, das zu reparieren, oder? Nein, nicht ganz. Aber fast. Ist ja, ist ja fürchterlich, ey. So, gut. Ja, was willst du jetzt machen? Willst du nach... Ja, schön, dass du direkt fertig machst. Ich war schon fertig, ja. Ja. Ja, das wusste ich. Ja, was willst du jetzt machen? Ja, 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 ja. Ich muss erstmal gucken. Ich hole die, glaube ich, zurück erstmal. Ja, versuch sie durch den Wald zu ziehen. Was machen die denn? Okay, die machen das. Die kommen. Die kommen. Oder stellen die sich nur auf. Ich bin mir nicht sicher. Das sieht so... Ich weiß es auch nicht. Sieht so komisch aus. Nee. Nee, die marschieren zu dir. Ich weiß nicht, ob Aufstellen vielleicht sinnvoller ist und mit der anderen Armee dagegen werden. Ah, Pause mal. Ähm, ja, dann muss ich die erstmal kurz aufstellen hier. Irgendwie ne... Nee, die gehen die nicht in den Wald? Nein. Ich weiß es nicht. Das sieht so komisch aus. Ich weiß nicht. Ich hab hier vorne sind auch noch welche. Die sind nur versteckt. Okay, ich stell jetzt erstmal ein bisschen auf. Sieht so aus, als wenn sich die Kavalerie zu dir hin bewegt. Yay. The dream come true. Ja. Aber hallo. Hast du hier keine Widra und so? Oder ist sie einfach nur noch nicht da? Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, ehrlich gesagt. So. Aber ich glaube, das war's. Warte, ich stell die Kavalerie kurz auf. Ich glaub, da kommt keine Widra. Das war ein bisschen... Die musste ja auch schnell zusammengeschustert werden. Ja, aber viele sind im Wald verschwunden. Ja, aber guck mal, da kommen noch Schnitter rein. Ja? Ja. Ja, guck mal, wenn du nach hinten guckst. Da ist noch eine Schnitterarmee, die ist dann noch so halb drin. Ach ja. Na gut, dann lassen wir die noch schnell rein. Ich weiß halt nicht... Wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, was jetzt passiert. Ob er jetzt sagt, okay, ich greife an. Oh, da kommen zwei Schnitterarmeen. Äh, ja, eine habe ich davon schon. Ach so, ja. Ja, nur noch die eine. Ob er jetzt sagt, er greift... Weiß ich nicht. Also, es kommen... Nee, die bleiben stehen. Werden nicht schlecht? Nee, die... Ja, aber die greifen nicht an, wie es scheint. Ich glaube, die kommen her. Ja, naja, die kommen. Die kommen zur Hauptarmee. Nee, da kommt aber eine Kavallerie zu dir. Okay. Das sieht sehr komisch aus, was die hier tun. Wo ist denn meine Drache jetzt hier? Ach so, den hast du ja. Willst du ihn haben? Nee, nee, ist gut. Ich war nur gerade verwundert, dass ich, äh... Dass ich nix da weiße. Okay, schnell die Schnitter direkt hinter deiner Hauptarmee, äh, hinter dir in der Verstärkungsarmee auf. Die da hinten standen, die... Ja, im Rest muss ich jetzt variieren. Du, ich... Wo ist denn deine Armee? Wo ist denn die Hauptarmee? Ich steh immer noch im Wald. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, was zu machen, ey, aber die haben schon Schaden bekommen. Ja, ich glaub, das war vorher schon. Das ist jetzt nicht doof. Und wer haben denn die Schnitter von Reichweite? Okay, nicht genug. Deine Kanon... Die Kanon von den Neengreifen schon an. Ja, gut. Ist doof jetzt. Er hat keinen Ehrgut mit den Drachen, kann ich jetzt grad nichts machen. Doch, theoretisch schon. Du könntest drüber fliegen, der kann noch... Ja, ich schick schon mal hin. Ich schick schon mal hin. Der kann noch irgendwas drüber speien. Ja, aber im Wald ist auch kacko, oder versuche ich die zu dir zu bringen. Was heißt zu mir? Äh, nichts, also... Naja, zu der anderen Armee halt. Ich weiß es nicht, weil ich auch nicht weiß was zu dir... Ja, ne, der kommt zu dir, der kommt zu dir. Der kommt eindeutig zu dir. Weil die gesamte Armee ist jetzt gerade so ein bisschen mehr in deine Richtung. Hm. Sobald du merkst, sie... Vielleicht mit der Verstärkung schon mal hingehen. Äh, obwohl... Ich weiß nicht, ob er grad noch aufstellt. Ja, aber ich hab ein paar Truppen entdeckt auf jeden Fall. Alter, guck dir... Ja gut, aber die Hauptarmee ist auf jeden Fall hier. Noch. Ich lass die jetzt einfach ein bisschen nach vorne marschieren. Die Hauptarmee? Nee, die Kanonen. Ei, 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 die Kanonen. Ei, 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 die Kanonen. Ei, 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 die Kanonen. Gehen wir wieder zurück. Tschüss. Okay, der Drache ist da drüber über der Armee. Okay. Ich glaube... Der müsste ja Feuer sparen können oder Säure oder irgendwas heißt. Ja, ja, ja. Okay, ich glaub die... Ich weiß nicht, was er tut, ne? Ich weiß es auch nicht. Doch, er bewegt sich zur Verstärkung. Okay, also zu der unteren Armee jetzt quasi. Ja. Das heißt, ich müsste jetzt mit der Hauptarmee da reinfallen? Ja. I don't like that. Wie sch... Boah, das sind vier Kanonen? Ja, okay, ich kann mit dem Drachen ja nur alle 45 Sekunden einen Schuss abgeben. Der hat ja auch nur drei, ne? Ja. Ja gut, dann muss ich die jetzt bis zum Waldrand erstmal ziehen und dann hoffen, dass ich den irgendwie... Ja, aber guck mal, er kommt eindeutig. Das ist... Müsst du die Schnitter und so noch hinterher ziehen? Ja, mach ich sofort. Ich muss da grad mal... Schießt! Ihr Narren! Schießt! Äh, wo ziehst du denn hin? Scheiße, ich seh nicht, wo du hinziehst. Da. Äh, hier ungefähr. So. Da, wo der rote Strisch ist. Boah, Junge. Direkt Damage bekommen, so muss das sein. Ach, der Drache nimmt der Schaden? Ja. Oh fuck, das sind Wurf-Ägste. Uuuuh, Entschuldigung. Hab ich nicht gesehen, dass der... Oh kack. Oh kack. Oh kack. So kann man es auch ausdrücken. Mit nem fröhlichen Oh kack. Hä, Peitsche der Qualen, wie geht das? Lern es einfach. Ach, das ist ein Fernkämpfer. Okay, der Drache haut ab. Ja. Zeugen mal. Ich bin die. Okay, ich versuche jetzt hier ein bisschen, die erstmal aufzumischen. Aber er kommt natürlich hier mit seinen ganzen Pferdepissern. Das blöde ist, dass die hier einfach weiterlaufen, ne, wo ich hingedrückt hab. Die bleiben dann stehen und kämpfen dann. Also außer die, die direkt angegriffen werden. Naja, aber da gibt's auch irgendeine Pferdepissern und den kenn ich leider nicht. Egal, die anderen müssen jetzt erstmal weiterlaufen. Wie läuft's da unten? Schlecht, alles klar. Oh, ich hab ja Nuss. Irgendwas ist da im Wald. Der Drache. Nee, von denen. Die Kavalerie, direkt neben deinen Einheiten. Oh ja. Oh, jetzt kommen die Kanonen. Ach du Scheiße. Wo ist die anderen gehört? Der Drache wird weiter beschossen, ne? Ja, ich kann mit dem leider nicht so viel machen. Ja, die schicken ihn doch nochmal auf die Kanonen. Ja, aber dann ist er tot. Ja. Und zwar tot. Ob er dann abhaut oder stirbst, egal. Finde ich. Ja, hast recht. Ich schicke ihn dir gegen. Er ist die Hydra. Hier ist die Hydra. Ein Riesen. Ja, ich weiß. Aber ich muss eine Hydra gegen die Kanonen schicken, sonst... Ja, macht das. die haben ja noch okay die haben zwei riesen und eine ist direkt hinter den linien wie hinter meinen linien finden dann eher was so der der jetzt in den wald läuft ja ich weiß hinten bei der armee die gerade am kämpfen ist da ist einer direkt da hinten drin das scheiße wo ist die andere wieder wo ist die andere wieder war auch scheiße dann habe ich nach kacke du sollst hier nicht abholen das wär dumm wenn er die anführungen hinschicken soll ich auch nicht so clever musst du hast nicht so viele möglichkeiten deine komplette armee dahin ist tot die ist so aufgerieben brechen hier alle richtig krass durch wie die mich hier auch aufhalten einfach mit so ein paar popeln ja gut die meisten von einem bewegen sich ja noch gar nicht so richtig klar hier einer von den von den füchern ist halt tot ja wir sind alle gerade auch hier haben sein wir sind einfach nicht tot und ich habe auch keine zaubereien am stadt nicht wirklich was machen gerade so ein bisschen die befügt dass die übere gegen den riesen verliert ich habe auch ehrlich gesagt nichts was ich da so sie sind ja hier eine absoluten übermacht bei zahlen mäßig bist du tatsächlich überlegen sind halt irgendwie mehr die ja in einem fleck haben bei meiner der zweiten armee der verstärken die schon halb tot ist ok du musst den riesen angreifen mal wenn die hier auch mal im wald fertig werden würden mit den gegnern aber nie auch nicht ja doch die werden schon also hier steht ich habe ja gut da ist noch ein riesen stadt ja ja der muss sterben sonst der macht hat die übere nämlich fertig die versuchen da leute hier aus dem bald raus zu ziehen gegen russer feinde das ist doch schon mal schön ja komm der eine muss eigentlich theoretisch sterben hier steht da noch so ein bisschen was so relativ mittig von dem schlag versteht was von dir einfach gerade die müssen sich eigentlich bewegen ja das tun sie aber nicht dann weiß ich nicht was du meinst bei der bei der anderen wie soll ich dir das signalisieren gott jetzt bewegt sich da was ja also ein paar sind bei den kanonen kanonen ja und die restlichen sollen eigentlich zur anderen armee jetzt aufschließen ok der riese ist umgekippt pfff umgekippt tot ne 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 nur umgekippt fuck ey sind eigentlich alle hier loslegen jetzt ich verstehe ehrlich gesagt nicht was die bogenschützen machen also die schießen irgendwie gar nicht ja problem ist halt der wald ne die die nicht im wald stehen die schießen nicht also das ist schon doof ja was machst du denn da hinten naja jetzt kommen die natürlich auch in den wald das ist scheiße der riesen ist aber immer noch im leben ich werde bekloppt oh einer von meinen linken kommandanten ist schon tot kann nun immer noch stille live es ist unfassbar ich das ist ja wohl mal absolute über kranken übereinheit oder na ja jetzt habe ich ihn natürlich auch noch aber der hat hat schon gut was verloren an live ich hab aber auch nicht mehr wirklich wasser schiss noch oh god ey komm seid mal nicht so unfair ja könnt ihr nicht gegen zwei von denen hier das geht nicht ok die schnitter die ich noch hab die sind im wald auch ja ich hab auch nicht mehr wirklich ich hab kaum noch nahkämpfer ne ich hab der riese ist tot nach siebeneinhalb jahren und jetzt werden die schütter angelaufen jetzt so feuerfrei aus ihr müsst jetzt im nahkampf kämpfen boys scheiße jetzt flieht auch wieder so viel toll der riese kommt zurück oh jetzt kommt anführer gegen anführer das kann er heiter werden ist ja nur die verliert hier mein gott hüter du bist eine hydra verdammt ach geil da ist der riese wieder ja so wie jo sein erster gedanke war bei dir sammelt sich ein bisschen was okay die hydra eine hydra wankt schickt er jetzt alles auf den riesen erstmal das ist einfach eine zu große bedrohung eine hydra haut ab die andere das war's ich hab auch nichts mehr neuladen erstmal gucken also das widerlichste von ihm ist auf jeden fall tot eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn einheiten komplett verloren aber komm bei ihm ist ein riesen tod drei kanonen und eine normale einheit okay alles klar das würde jetzt locker gewinnen ja mhm was sind die zweite haben hier eigentlich hingelaufen ja gut klar aber jetzt fehlen der kanon und alles ne ja aber guck mal ich hab ja auch nicht mehr viel wo ist meine zweite armee hingelaufen oder war das die aus der nie das kann ja nicht sein bist du da ja wie paranoid man da wird ne hä die wurde doch gar nicht getötet was wer wurde ach nö nee aber wie ging denn das nochmal kann man nicht ah ne wenn die weg ist ist die ganze armee tot ne was denn wenn ähm ein dings von dir stirbt der general ja Ja. Das ist doch auch so dumm, ey. Das ist mal ein Feature, das müssen sie überarbeiten. Feature? Ja, weil ich finde es dumm, weißt du? Stell dir mal vor, nur der General an der anderen haben noch volles Leben. Ja, sind einfach weg. Ach, fuck, ey. Jetzt muss ich hier in die Stadt zurück, weil ich nichts machen kann. Ein Dreck hier. Irgendwie ist es mit einer anderen Armee, ey. Da muss doch irgendeine schon in der Nähe sein. Ich habe da so viele hier hochgeschickt. Wo läuft die lang? Die laufen da hoch. Ich habe hier nur noch eine einzige Armee, die nach oben läuft. Ich hatte doch fünf, sechs, ne, naja, so vier, fünf Armeen. Da sind ja alle schon von denen angegriffen worden. Hast du nicht letztes Mal schon eine noch verloren? Nicht, dass ich wüsste. Ich war so. Ach, wobei, ja. Ich habe ja gerade eine komplett verloren, wegen irgendeinem... Ja, das finde ich dumm. Und kannst du nicht einfach den General ersetzen? Nein, ich weiß auch nicht. Also ich weiß, das ging mal früher in den früheren Spielen. Um das jetzt nicht mehr geht. Jetzt muss ich ja quasi eine neue Zwanziger nochmal rekrutieren. Wenn du dir die Ressourcen dafür hast, würde ich das tun, ne? Naja, das Geld habe ich dafür, aber das dauert halt lange, ne? Hat es nicht irgendein Ritual machen, was das beschleunigt? Ne. Also nicht, dass ich wüsste. Ähm, zu Beginn der Runde haben Kommandanten eine Chance in der Tee, bla 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 bla, Einheitenerfahrung plus 50 Verzauberung. Nö. Nö, sowas habe ich leider nicht. Aber ich kann mir... Warte mal. Ähm... Ähm... Äh... So, ich rekrutiere mich in eine Hexe. Und... Achso, egal. Ähm... Und, 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 ja... Die noch. Wo ist die? Niemand weiß es. Ach, die ist da unten gespürt? Ach, du Scheiße. Na gut, aber es gibt ja noch einen zweiten, äh, Kampfferd. Lothar? Mhm. Das finde ich noch ein Kampfferd. Na klar. Ich finde ja noch... Finden ja noch... Finden ja noch Battle statt, ne? Ja, komm, Krieger klären, ist mir nur scheißegal. Ja, mach. Ja, mach. Ach, wem denn? Ja, ich dachte, wie heißen die? Äh, achso, die... Piraten von Satosa. Meinen Siegen auch die Piraten von Saturn? Ja, genau die. So, besetzen wir direkt. Die haben gestirbt. Meine Provinz. Pissen, ne? So. Dann machen wir erstmal öffentliche Ordnung. Dann bauen wir das. So. Wo hatte ich denn jetzt noch? Wo wollte ich euch denn hinschicken? Hier hin? Na dann. Sollen wir das mal tun. Da oben habe ich noch ein Städtchen. Ah, sie kommt doch ran. Sehr gut. Drakenspalter. Die hat man bestimmt gebraucht. Die hat den einfach gespalten. In der Mitte. Wen? Den Riesen. Achso. Ne, sie ist ja nur ein Drakenspalter, kein Riesenspalter. Ach, das reicht für die doch auch. So. Das ist kacke, natürlich. Ich bin da unten so ein bisschen, äh, schutzlos. Oben. Rechts, links, Mitte, oben. Wobei. So. Achso, die müsste ich ja auch noch einnehmen. Geht aber erst nächste Runde. Ärgerlich. Oh, gut. Gehen wir außenrum. Ist auch okay. Warum auch den Wasserweg? Der ist ja doof. Ach ja, du und deine Ideen immer. So. Da habe ich... Ach, guck mal, da steht er. Da ist er. Der Bursche. Der Bursche. Ja, was mache ich denn jetzt mit ihm hier? Was mache ich denn mit Malekith? Was, die vielleicht so langsam wieder zurückschicken? Ja, ich auch mal überlegen. Toll. Ich meine, eigentlich sollten deine Armee noch ohnehin klarkommen. Theoretisch. Gegen die vier Städte von Notwarten. Na, sag das nicht. Also warum habe ich denn nur 18 Frames, ey? Boah, läuft. Hm. Die Frage ist, wie viele Armeen haben die überhaupt noch insgesamt stehen. Die stehen da oben. Aber da würden die sich die Zähne dran ausbeißen, hoffe ich. Die schippern da runter. Okay. Tja. Man sieht, es wird schwieriger. Die. Ähm. Rituale. Rituale. Dann muss ich ja, wenn ich die nächsten Rituale machen möchte, ähm, ja, an und für sich alle drunter ziehen. Also alles wieder dahin, wo die Städte sind. Damit ich die verteidigen kann. Das reparieren. Das so machen. Nagaron, das hier. Achso, stimmt. Ich habe ja eine scheiß fucking Provinz verloren von da. Hier auch. Aber die haben hier halt auch noch zwei Armeen stehen. Das... Das kann ich gar nicht aktivieren, wie kann ich das nicht anscheinend. Ich kann das gar nicht aktivieren jetzt. Was? Auf der Cloud speichern. Das ist so. Aber dann wird halt nur kein Speicherstand auf der Festplatte mehr gemacht. Ja, klar. Der Bruder, jetzt sollte es ja eigentlich immer wieder gehen, also... Wir mussten ja nun mal irgendwie wieder dazu kommen, dass er das Spiel... Nimmt. Ah, 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 ah. So. Hä? Boah, sechs Punkte kann ich hier verdienen. Ach, du heilige Scheiße. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. So, ich glaube, das sollte es gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Was denn jetzt? Name der Macht. Eine neu errichtete Schmiede auf eurem Land wurde von ferngesetzlosem Befall und ausgeraubt. Nach der Ergreifung und brutalen Hinrichtung der Täter bietet der Priester, dem die Schmiede gehört, euch eine gesegnete Waffe als Zeichen seines Dankes an. Welcher dunkle Segen liegt euch am ehesten? Name der Mächte, Giftklinge oder Kopfernter? Kopfernter, ist ja klar. Oh, eigentlich müsste ich das ja auch mal machen, ey. Was? Naja, meine... Gucken, was für eine Ausrüstung meine... ...ganzen Boys hier und Girls haben und so. So, kannst du aber gleich machen, wenn ich dran bin. Ja? Ja. Weil, wie ich gesehen habe, hat zum Beispiel Malekid gar nichts. Gerade mal Hand. Läuft. Das ist ja doof, ne? Ich muss jetzt... Moment los, Ritus. Was ist das denn? Ich hab doch alle da... Oder immer in jede verkackte Stadt durchgehen, die ich besetzt habe und gucken, was die hier hingebaut haben. Ja, so ist das halt. Haben echt voll viele keine Waffe. So. Zwei Hartele bräuchte. Nicht nur. Zwei. 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 Beudeslots. Dann mach das hier noch weg. Das hier noch weg. Das hier kann eigentlich auch weg und der Blutspiegel kann. So, was ist hier los? Kann ich hier irgendwas anderes bauen? Alter, die haben ja eigentlich gar nichts. Dann... Das eigentlich... Ja gut, wenn man das halt nie macht, ne? Ja, aber wird das nicht eigentlich automatisch irgendwie? Ne, ne. Hm. Das kann weg. Das kann weg. Das bleibt. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Das ist nicht gerade auch schon gemacht. Ich glaube, der nimmt... Macht das doch kacke. Kann der mir nicht anzeigen? Ja, das benutzt jetzt schon einer. Scheiße. Macht er normalerweise. Ja, aber nur, wenn er es wahrscheinlich auch wirklich benutzt. Nicht, wenn ich es jetzt jemandem ausrüste und er würde es in der nächsten Runde kriegen. Doch, so weit ich weiß schon. Oder habe ich zwei Todeshexen? Tatsache. Ich weiß gar nicht wo, aber gut. Einfach so viele Leute. Ja. So, hier habe ich schon rummodiert. Boah, jetzt hätte ich auch keine ganz schöne Frame Drops gehabt. Beim Runterscrollen. Hm. Das kann weg. Das aufrüsten. Aufrüsten. Das kann weg. Das kann weg. Das kann ja nicht auch weg. Klacks. Okay. Ein paar Zeichen. Sich das hier ein. Was ist das denn hier? Ja. Weg. 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 Habe ich die ganzen Waffen 500.000 Mal? Sieht so aus. Jetzt bin ich wieder mein Malekit. So, und beim Malekit muss ich natürlich jetzt mal gucken. Der braucht natürlich das krasseste, was geht. Hat der nicht schon so eine Liliane Waffe? Ne. Ich habe aber gar keine Liliane Waffe. Ist das nicht normal, dieses Quest-Objekt? Oder? Das Beste, was ich habe, ist blau. Aber das kriegt er jetzt erstmal von mir. Lass mal links setzen. Das ist Lila. Das ist Lisa. Gut. Wen habe ich das jetzt geklaut? Oh Gott. 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 Du wirst das nicht so einfach mit sich machen. Weg mit dir und weg mit euch allen. Tschüss. Tackles schippert im Meer herum. Na, dann soll er mal machen. So, hier, ihr beide auch raus. So, was ist das? Dann nehmen wir erst dich. Dann dich. Tschüss. Dann hier hoch. Die greifen wir an. Das nehmen wir ein, dann gehen wir da hin. Ja, das größere Problem ist echt gerade da oben, die Scheiße, ey. Die suckt doch hart, meine Brawls. Ey, das ist natürlich doch nicht so schön, ja. Ja, vor allem die vier Armee. Mit zwei habe ich schon Kontakt, die anderen sind irgendwo. Sind es doch vier Stück. Ja. Na, eine habe ich, glaube ich, vernichtet. Zwei stehen ja da oben, wo ich gekämpft habe. Ne, jetzt sind sie irgendwie weg. Wo sind sie hin? Äh. Okay, ich sehe sie nicht mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nein, nein. Ich glaube nichts davon. Wollen die dann nach unten fahren und die Stadt hier angreifen? Wäre möglich, ne? Oder was ist euer Plan? Ich glaube, das wissen die selber nicht. Garnisonen. Ich habe nicht so viel Garnisonen. Scheiße. Könnte reichen vielleicht. Wofür? Ja, um diese eigenen komischen Spacken anzugreifen, die meine Stadt belagern. Das stimmt. Das ist hier diese komische Brigade, oder? Bernhoffs Briganten. Die hatten wir doch aber auch schon mal vorher, oder? Ja, ja. Die kommen einfach immer wieder zurück. Die kommen einfach immer wieder zurück. Nervig ist sowas.